Der Name von Schiedsrichter Robert Holzer weckt noch heute Erinnerungen. Holzer hat den Hamburger SV in dessen DFB-Pokal-Erstrundenpartie in Paderborn im August 2004 persönlich rausgeworfen. Es gab im Spiel Momente, in denen ich kurz dachte, irgendwas ist hier faul, sagte Serge Barbaris in der Rückschau im Interview mit dem Kicker. Aber dieses Ausmaß war natürlich nicht in meinem Kopf. Auch Bastian Reinhardt berichtete, dass es bereits in der Pause Gemunkel gegeben habe. Der damals 25 Jahre alte Holzer hatte vor 15 Jahren mit zwei fragwürdigen Elfmetern und einem Platzverweis gegen den Hamburger Emil Mpenza, das 4 zu 2 des Drittligisten Paderborn ermöglicht. Der damalige Trainer Klaus Topmüller sprach seinen schlimmen Verdacht unmittelbar nach dem Spiel aus. Und dafür habe ich voll auf die Fresse gekriegt. Auch beim DFB wollte niemand hören, dass das manipuliert war. Mir wurde regelrecht gedroht, mich zurückzuhalten. 500.000 Euro sowie die Einnahme von 1,5 Millionen Euro aus dem Länderspiel in Hamburg ging später als Entschädigung an den HSV. Eine Neuansetzung war leider nicht möglich, da die Pokalrunde ja schon weiter lief. Holzer hält sich mit öffentlichen Aussagen bis heute zurück. Das Berliner Landgericht hatte ihn zu zwei Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt. Nach 14 Monaten wurde er allerdings vorzeitig entlassen. Mit dem DFB eindigte er sich auf eine Strafzahlung von 126.000 Euro. Der noch aktive Schiedsrichter Felix Zweier gehörte damals zum Team von Holzer und erntet dafür harte Kritik vom Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe. Wer einmal Geld angenommen und Holzers Manipulation ein halbes Jahr verschwiegen hat, sollte kein Profifußball mehr pfeifen, sagte Gräfe erst aktuell gegenüber dem Zeitmagazin und kritisiert auch den DFB. Der befördert Zweier auch noch, trotz durchschnittlicher Leistungen. Mir bleibt es nun immerhin erspart, mich mit diesem Thema rumzuschlagen. Zweiers Aussagen über Holzer helfen zwar bei der Aufdeckung des Skandals, der heute 40-jährige Schiedsrichter war jedoch damals als Linienrichter involviert. Zweier wurde für ein halbes Jahr gesperrt, doch die sechsmonatige Sperre sei laut Zeit gegen die Sperre verrechnet, die man ihm wegen seiner Zeugentätigkeit im Holzer Fall aus Schutzgründen auferlegt hatte. Zweier konnte relativ zügig Wiederspiele leiten. Ja, das klingt alles ein bisschen nach dem heutigen Bild, was wir auch sowieso schon vom DFB haben. Mich würde jetzt gerne mal erzählen, was eure Meinung dazu ist. Sollte zwei überhaupt noch Spiele pfeifen, hätte man das gleich verhindern sollen, ihn komplett sperren sollen und aus dem Spielbetrieb zurückziehen. Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare und bis dahin wünsche ich einen schönen Restabend. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.